Oh ok, es geht los. Hi! Gut, dass wir da vorbereitet waren. Gut, äh... Ich bin grad völlig am... ok. Hi! Forest ist irgendwie nie eins... nee, zwei gegen drei. Mit Lekro, der noch oben mit dabei steht. Wir haben eine Smoke bei Lekro, aber kein Kit dabei. Vielleicht liegt das uns auf dem Spot. Lexi B wartet schon da drunter. Hat die Zähne schon gefletscht wie ein Hai. Ok, ok. Gut. Gut, äh... Ja, gut. Feed ist... Ah, es geht. Hi! Bom, geht hoch. Enz gewinnt die erste Runde, die wir... ja, wo wir sehr viel von gesehen haben. Alu klatscht es dann im eins gegen eins. Zweite Runde geht los. Nip natürlich jetzt mit einem... äh... mit einer Eco. Enz wird sich mit vollem Gerät in die Schlacht schlagen. Also, willkommen in der Blast Pro Series. Wir kriegen jetzt zumindest ein Reap. Das ist doch schön. Ah... Okay, Alex B. Mit dem Glock Spray. Oh... Hallo? Ja, Zeit hat nicht gereicht wohl. Drakken außen mit der Scout. Okay, offenbar gab es doch einen Force By. Raz wird da vielleicht mit der Deagle durchsprayen. Aber es geht schnell an... Underpass rein. Secret. Drei Leute schon vorne durch. Forrest der Erste, der ein bisschen ransprayt. Aber er kriegt keinen Schaden raus. Ariel mit dem Kill. Das ist von X7. X7 geht jetzt unten über Deacon. Hallo? Er möchte die Deagle haben. Aber er wartet natürlich, dass da jemand den Event runterkommt. Ich denke mal, das wird schon gesaved von NIP. Jetzt hat er sie. Ah, Alu hat seine Deagle. Das ist schön. Alu trifft er auf die Range mit der OMP? Äh, Alex B natürlich. Ich fange weiter mit AL an. Geht ja gar nicht. Dieser Frostpact hat keine Ahnung. Weiß ich nicht. Uh, schöner Schuss von Raz. Deagle trainiert heute. X7. Uh, was war das denn? Was? Wie war das kein Kill? Irgendwie durch die Kante von der Tür oder wie? Eieieiei. Okay, X7 wird gehört von Raz. Er kriegt jetzt nochmal einen Nate dahinter. Jetzt aber. Ah, okay. X7 gewinnt sogar das Duell am Ende. Draken und Getred bringen die beiden Waffen durch. Die haben sie rüber gedroppt bekommen, glaube ich. Draken blieb auf der Scout ohne Kevlar. 2 zu 0 aber für Ends. Zwei Waffen rausgenommen. Das größte, was sie mitnehmen konnten, waren zwei SMGs und eine AK, glaube ich. Bei Alu. Mehr wurde es nicht. Flash outside. Es scheint wieder, wie die vorige Runde, schnell über den Jahr zu gehen. Mach mal eine Smoke hin. Draken versucht sich wieder vielleicht mit einem glücklichen Shot durch die Smoke in die Runde zu bringen. Oh, die Nate könnte ordentlich Schaden machen. Lacro peakt hoch. Jetzt aber gespottet worden. Raus da. Da kommen viele Nates ihm entgegen geflogen. Ah, hinten vorm Wend. Es ist schon bestackt fast von NIP. Drei Leute da. Get right. Ja, schöner Peak eigentlich. Aber am Ende reicht die HP nicht aus. Ja, Rest läuft ihm ins Crosshair. Ariel. Äh, Alexi B. Meine Güte. Ich habe es auch mit den Namen heute. Alexi B. Aimt das hinten ab. Lacro mit einem Kill. Mit zweien. Jetzt wird er durchgesprayt. Ariel am Ende mit dem Kill. Jetzt habe ich ihn auch richtig. Geht hoch. Alexi B. springt da von hinten heran. Wie ein Tiger. Und es ist nur noch vor Rest. Aber trotzdem wieder zwei Waffen rausgenommen. Das ist... Eine gute Runde. Ohne Investment von NIP. Wir halten damit die Economy vom... Top. Los. Okay, jetzt Nummer drei. Es ist der erste Full Buy von NIP. Get right mit dem M4. Der Rest auf AUGs. Und Forrest hat wieder der M4-1s ausgepackt. Also das ist auch ein interessanter Faktor. Forrest mit dem ersten Kill. Der zweite geht durch die Smoke. Er hat aber das Aiming nicht für ihn aufgesetzt. Meine Güte. Es geht trotzdem schnell in die obere Bombset rein. Erster Kill. Spray sitzt nicht auf Sergei. Lacro muss jetzt runterspringen. Eins gegen zwei. Aber die Bombe liegt bei ihm. Es könnte doch noch ein... Zum Vorteil von ihm hier ausgehen. Erster Headshot geht. Zweiter. Er weiß nicht, dass er auch von der... Von dem Spot kommt. Alu am Ende klatscht es. Eins gegen eins. Vier zu null. Guter Shot auf T-Seite für Enz. Es ist immer wichtig, dass man schnell die Economy aufbaut. Bei Nuke. Die T-Seite immer die schwierigere. Get Right hat sich mit der neuen Economy schon angefreundet. Oder mit den neuen Shotguns. Eben die Mach7. Jetzt eine Nova. Hatte ein bisschen Geld zu spendieren. Er könnte sich jetzt close stellen. Oder er geht da rein. Oder er geht in die Smoke. Aber über der Tür ist immer eine gute Sache. Er geht jetzt in den Vent. Also viel Map Control schon eingenommen. In Secret mal wieder. Ich bin das gerade nicht gestoppt. Dieses Loch, was da in Secret entsteht. Alexi B auch noch mit dem Backstep an der Tür. Der Spieler im Vent rausgenommen. Es geht hoch in den Heaven. Aber es ist nur noch Forest. Eins gegen fünf Enz. Überwältigt gerade NiP. Das erste wird dann aber gepiekt von der anderen Seite. Und Enz ist on fire. Brennt das Logo. NiP hätte natürlich gerne, dass sie sich da mal dran die Finger verbrennen. Müssen ihre erste Runde aufs Scoreboard bringen. Dracken jetzt wieder mit der AWP. Hat bisher noch keinen Impact damit haben können. Ist ja auch nur einmal in der Hand gehabt. Raz geht direkt aggressiv. Outside hat sich eine M4-1S auch eingepackt. Ist ja auch einer, der die neue Meta begrüßt. Mit den 25 Schuss im Magazin. 75 Reserve. Da kann man schon mal ein bisschen mehr was anfangen, finde ich. Oh, der Peak war sehr risky von Raz, dass er da noch so lange draußen bleibt. Die Smokes sind schon ausgelaufen. Daher hätte er da gut und gerne geholt werden können. Dracken piekt jetzt rein. Hat den einen gespottet. Der jetzt hinterm T-Red ist. Zieht sich sofort zurück. Bewegung nach hinten. Wieder kein Treffer. Er will aimt nur ab. Sollen wir mal wieder mit Smokes outside? Ja. Die Outside Smokes kommen rein. Es wird aber der Fake. Die Bombe geht über Lobby. Wohl Richtung Rampe. X7 sollte vorgehen. Hat die Mekten. Runter geht es für Lekro. Oh, Lekro verschiebt. Das ist richtig stark. Der Call von Enns. Sie faken es. Und dann gehen sie an der Rampe rein. Aber Lekro steht schon unten. Dracken jetzt mit der Flash zum Rückzug gezwungen. Lekro muss hier mindestens einen machen. Wurde aber schon gespottet. X7. Jetzt zieht die Mekten rum. Aber Alexi B von der anderen Seite da. Kein Kill von ihm. Und eigentlich könnte es hier direkt der Save werden. Die Bombe hat gespottet. Dracken zieht sich auch schon zum CT Spawn zurück. Get Right und die anderen Ninjas haben auch nichts mehr damit zu tun. Und wollen einfach nur noch weg davon. Also Economy Schaden macht jetzt nicht so viel. Macht jetzt eher noch bei Nip Probleme, wenn sie dann getradet werden. Deswegen Enns könnte sich eigentlich auch ans Jagen begeben. Das ist super explodiert. Weiterhin. Okay. Ress überlebt das Duell. Sieht noch den zweiten. Aber zu dem Duell wird es nicht mehr kommen. Das Polster an dem Headset von Ress sieht aber auch interessant aus. Und zwar mit den Smogs Alexi B. Diesmal versucht er über die Smogs mit einem Spray was zu holen. Ah, die eine Smog hat auch nicht gesessen. Jetzt wird die per Hand von Alexi B nochmal mitgenommen. Eril war es glaube ich. Pardon. Ress aber mit dem Spray durch die Smog. Das erste Mal Man Advantage wirklich für die Ninjas. Jetzt kommt die AWP von Aluava ins Spiel. Wird auf den roten Container geboostet. Ich suche jetzt den Hellspieler abzuholen. Das war zuvor Drakon, der sich mit der AWP Richtung Garage aufgehalten hat. Jetzt kommt die Smog für Mini. Ress geht direkt hoch. Erwartet, dass da jemand schnell angebraust kommt. Flash kommt raus. Er hat ein bisschen das Movement an der Kante verhetzt. Und Ress guckt nach unten. Hat also keinen Aim auf X7. X7 egalisiert den Vorteil der Ninjas. Rauf gehts auf den Spot. Sehr gemacht. Er macht einen zweiten. Beim Entry. Der junge Finne holt da die Runde so gut wie in trockene Tücher. Drakon am Ende mit der AWP. Der stand noch unten. Drakon, uff. Haben sich gerade verpasst. Drakon jetzt wieder. Jetzt hat er ihn gesehen. Ein Deckel sitzt. Aber es tut nicht viel. Es tut Ends einfach nicht weh gerade. Das ist das Ding. Das Geld ist einfach zu stark. Sevin gerade noch so. Jetzt benutzt Drakon die AWP als Shotgun. Warten drauf. Genau. Nate kommt noch mal runter. Alu. Jetzt gespottet. Oh, ein Leg Shot. Jetzt kommt er aus dem Vent raus. Gerade noch so weg. Wie? Alu. Den einen macht er nicht. Drakon jetzt oben. Warum springt er ihm denn vor das Gesicht? Alexi B. stirbt zwar noch. Es war eine starke Aktion. Bis Drakon da runter gesprungen ist. Also 7 zu 0. Die Ninjas finden gerade kein Mittel. Ends gerne mal aggressiv über Pommes. Outside ist aber bisher ihre größte Stärke gewesen. Bleiben auch variabel. Diese eine Fake den sie gespielt haben. Mit den Smogs Outside wo sie dann Rampe gegangen sind. Echt starker Call Drakon. Wieder an der AWP. Haben natürlich jetzt mehr als genug Geld bei den Ninjas. Trotzdem nicht volle Nades. Kommt Outside. Raz hat es wieder auf dem Schirm. Sich aber weiter zurückziehen. Und wäre dann exposed zum roten Container. Was er natürlich nicht haben möchte. Wieder das Smog Wall Outside. Also ich glaube in 80% der Runden hat Ends bisher diese Wandanlagen aufgebaut. Kommt gut. Zwei Leute stehen da. Ja. Alexi B hat den meisten Schaden davon getragen. Ariel. Drei ganze HP Punkte fehlen da. Get right oben auf der Pommes. Es deckt ihnen gerade keiner von der Tür. Aber die ist glaube ich noch zu. Raz geholt. Geholt. Alu. Geholt das First Blood auf die Seite von Ends. Und hier geht es durch. Sergei mit dem nächsten Kill. Da wird schon angesprayt da oben. Get right aber zumindest. Geholt. Drakon guckt zur falschen Zeit, zum falschen Ort. X7 richtig gutes Timing vom Peak. Und Get right alleine gegen 4. Ist schon bekannt, dass er oben war. Und er wird noch in der Leiter getanzt. Get right. 16 Schuss im Magazin. Er wurde gespottet. Und dann holt ihn Alexi B auch noch so um die Ecke. Aua. Das tut weh. 8 zu 0 und die Ninjas. Also ich sehe gerade einfach nicht den Weg wie sie das hier countern können. Es ist richtig stark gespielt. Richtig starke Executes. Get right. Gerade so hier den Kill bekommen. Und dann buff. So ins Gesicht. Oh. Da wird sich schon am Kopf gekratzt. How could this happen? Rampel gegen den Push den Molly gezogen. Bisher. Aber auch keine Avancen von Nip. Also sehr passiv gespielt bisher. Lekro dieses Mal mit dem Kill X7 hat es ein bisschen zu weit vor gepusht. Lekro nochmal mit der Diege. Also haben sie da jetzt Bock ihn weiter zu challengen. Oder bleiben sie erstmal draußen. Raz steht draußen am Main. Jetzt kommt die Smoke. Gatright hat mit der Scout den ersten Anschuss geholt. Alexi B auf 30 HP runter. Raz mit der Spray Deagle durch die Smoke. Ein Kill. Der zweite kommt erstmal nicht rein. Ariel schöner Schuss. Drakon kann nicht treffen. Jetzt kommt Doppel-Molotov. Der Doppel-Molotov in den Heaven. Nochmal die Smoke für Main. Ich glaub die ist abgeprallt. Ja die sitzt nicht. Also leichter Fehler von Enz. Wird es ihnen am Ende die Runde kosten. Und da bleibt es dabei. Also Gatright kommt jetzt über Main. Weiß nicht, dass da links einer am Off-Engel steht. Sergej. Starker Winkel den er da gewählt hat. Racken. Raz nochmal mit nem Kill. Also es ist weiterhin nur Economy-Schaden den sie da machen. Es ist kein... Oh. Drakon. Drakon! Das ist halt ultra bitter, dass er da nicht... Oh und Raz läuft ihm voll vor die Blinte. Ja gut, dachte er hätte sich da komplett in die Rampe reingepuscht, aber... 9 zu 0 auf T-Seite von Enz. Nip. Ja. Wieder ein Full-Buy. Letzte Runde war mit Deagles und einer Scout. Also... Hat nicht viel von der Runde erwartet, aber trotzdem 3 Kills gemacht. Es ist ähm... Es ist etwas. Vielleicht können sie darauf aufbauen und diese Runde... Dann auch mal eine holen. Drakon versucht einen Prediction-Shot. Nächster... Oh, Alo wollte sich gerade über den roten Container... ...boosten lassen. Hatte Drakon sogar die... Das Aiming drauf... Uh, Alo. Fast der Schuss jetzt... Ach, wieder fast der Anschuss. Also okay. Offenbar war die AWP noch nicht ganz akkurat. Sehr geil. Diesmal kriegt er einen Molotov. Aber der steht schon zu weit vorne. Die Rampe wird jetzt komplett freigelassen von NIP. Drakon fällt... Genauso wie Raze Outside. Lekro zumindest mit dem einen Kill, den er zurückholen kann. Lekro... Oh, an der Rampe weiß er nicht, dass schon einer durchgepusht ist. Sehr geil. Jetzt trifft er gerade nicht. Lekro ampt das an. Flash kommt raus, um ihn vorm Winkel abzuhalten. Forrest trotzdem noch Richtung D-Con drin. Da wird rumgezogen. Ariel mit 71 HP. Ist der Molotov raus. Ja, Forrest steht dahinter. Schön von Alo abgeampt. Den rotierenden Spieler. Da standen sie schon vorhin. Das hätten sie weiterleiten müssen. Forrest mit dem einen Kill. Ja, hat aber lange gedauert. Sieben Schuss nur noch im Magazin. Ariel steht schon hinterm Reaktor. Der Sound Cue wurde sicherlich um Rampespieler gehört. Alo wagt sich da hinten aber nicht vor. Forrest... Ja... Das hat er hier noch in dieser Runde. Kein Kit. Eine Flash dabei. Aber mehr ist es einfach nicht. Ah... Immerhin könnte er vielleicht die AWP von Alo mitnehmen. Ja... Kann er sich schnappen. Mal schauen hinter ihm. Hört er doch den Spieler... Oh... Angeschossen. Aber Ariel am Ende mit dem schlauen Peak. Forrest, wenn er den trifft, dann hat er die AWP safe. Aber... So von Ariel der Schulterpeak. Und dann... Post wendend der Kill. Da sehen die Replays leider keinen Sound gerade. Das geht in die erste Runde. Das geht in die erste Runde. Oh... Res... Eine CZ... Drei Eagles, zwei CZs... Get Right... Okay... Es könnte was schnelles über den Band geben. Aber... Natürlich versuchen sie es mal anzupacken. Vier Leute über Outside. Es ist einfach ihr... Täglich Brot. Secret, Secret, Secret. Es hat bisher funktioniert. Wieso nicht weiter abusen? Get Right hört da ganz viele Steps hinter sich. Langsam muss aber auch mal einer in den Band rein. Uh... Das dauert lange. Trotzdem, er hat sich jetzt die AK geschnappt. Res mit dem Doppelkill unten an der Tür. Ja, Alexi B. Drakon steht da vorne drin. Drakon... War schon ein toter Mann. Deadman walking. ... ... Ich werde die Terror Roboter sperren. Ich werde die Handsch恩 gewinnen. So, dann bin ich wieder. Erste Runde für Nip. Entschuldigung. Sorry, ich war da gerade kurz mit der Technik am kommunizieren. Ich hatte vielleicht gefragt, ob wir den Sound in den Replays haben können, aber offenbar bleibt es dabei erstmal. Raist es mal Hotzeit weiter in die Garage rein. Er sprayt weiter durch. Abused hier die 25 Schuss, die es jetzt neuerdings in der M4-1-S gibt. Lekro springt sogar runter. Lekro mit dem Doppelkill. Also. Endlich läuft hier was zusammen für die Ninjas. Alexi B. Schnell mit dem Plant unten. Es wird von den Ninjas gehört. Von seit Ares. Weiß nicht, dass da einer am Secret noch dran steht. Diesmal vielleicht jetzt dreht er sich. Nein. Kill für Alu. Schlaues Positioning von ihnen. Lekro springt einfach in den Vent rein. Drakon 1 gegen 2. Schon konsterniert am Gesicht aus. Einmal und zweimal. Direkter Reset. Aber mit der neuen Economy kriegen sie immer noch volles Geld. Wir sehen es hier. 5500. Der Lost-Bonus stackt ja, soweit ich weiß nicht. Der geht ins in Anführungszeichen Unendliche und je mehr Runden man dann am Ende verliert... Boah, was ein Schuss von Lekro. Je mehr Runden man dann verliert... Also wenn man jetzt wie gerade 10 Runden in Folge verloren hat, hat man auch 10 Lost-Bonuspunkte. Na, Schäkelpunkte haben wir das doch letztens genannt in der Liga. Genau. Schäkelpunkte. auf die die mit super drin 맛있 die Santiago Er ist diesmal mit dem Peak. Hat das Timing, aber nicht das Aim, um diesen Kill zu machen. Er ist gerade noch so aus dem Winkel rausgekommen. Was ein Peak von Aerial. Meine Güte, der haut aber auch heute was ins Kerbholz. Leckrot, zumindest mit dem einen. Leckrot, der einzige, der bei NRP gerade gut unterwegs ist. Trotzdem, sie kriegen gerade die Man Advantage. Forrest immer noch oben auf der Pommes. Versucht jetzt Zeit rauszuholen. Kriegt er aber nicht. Sergej mit Zweien. Sergej jetzt in einen. Uh, der Strucken da einfach rausgeht, bevor Leckrot überhaupt in der Nähe ist. Uiuiui. Richtig gefährlich. Trotzdem, zweite Runde für NRP. Enz. Ja, mit ihrem vielleicht. Ja, wenn sie die Runde verlieren könnte, ist die letzte Gunrun für sie sein. Nächste Runde könnte es dann mit Pistols oder SMGs zugegen gehen. Ja, Alu. Draken. Ja, du zielt schon die Garage an. Forrest diesmal mit dem Opening-Frag. Jetzt mit der Nade. Oh. Oh, die ist auf Aerial gelandet. Tschüss, HP. Diesmal wird hinter der Smog geboostet. Versuchen sie wieder auf Secret zu abusen. Es steht aber in der Main-Save drin. Oh, die ist ja auch richtig gut agiert. Ja, dieses Mal kriegt er den Spray nicht gegen X7. Dafür Halo halt mit dem zweiten Peak. Und da auch der Kill. Sehr gay gegen Forrest. Forrest wollte Info holen über die Main. Über Pommes, pardon. Ja, GetRed den ersten. Restrated. Draken läuft mit dem Knife raus in den nächsten Spieler herein. Also, Enz ist gerade überall. Und Nip etwas überwältigt. Mal sehen, ob sie sich auch auf der T-Seite so stark anstellen. Rest kommt jetzt über den Heaven. Schnappt sich die Waffe. Oh, es ist nicht für Enz geplantet. Das spät nur Rotation. Jetzt wurde gehört, dass er runtergejumpt ist. Einfach durch die flusen 5 Sekunden. Nein, er setzt ab. Er ist jetzt gehört worden. Rest weiß aber nicht, dass Halo ganz hinten rumgelaufen ist. Ja, und Halo. Der macht das. Oh, der macht das. Der macht das nicht. Er hat es auf Burst gestellt. Er hat die Glock auf Burst gestellt. Und das versaut ihm die Runde. Er hatte eine AWP. Warum nicht sicher auf den Kill gehen? Kurz reinzoomen. Zack. Auf geht's. Rush auf die A-Side. Gate-Ride mit dem ersten Kill. Das SMG scheint gut zu bekommen. Der Call kam nicht früh genug, dass er da schon close hinterm Reaktor steht. X7 und Konsorten mit dem A-Plant. Ah, Forrest versucht nochmal durch die zu... Also man sieht jetzt viel mehr natürlich, dass die M4-1S benutzt wird. Aber vorher, als die M4-1S auch noch von vielen Leuten in Benutzung war, hat man halt nicht gesehen, dass sie wirklich durch Smokespray sind. Das haben sie gar nicht gepasst. Ah, Forrest 1 gegen 3. 1 HP bei Ariel, aber sonst... Das restliche Team ist halt noch relativ gesund. Deswegen 12 zu 3. Am Ende die Hälfte für Enz. Keiner, der so wirklich raussticht gerade. Also Lexi B, doch Sergei mit 18 Kills. Ariel... Einfach eine starke T-Seite von Enz. Nip muss sich da echt zusammenreißen, dass sie nochmal auf ihrer eigenen T-Seite... ...was gebacken kriegen. Ah, Lexi B, es gibt kein Kit bei Enz. Gehen also voll da rauf. Oder gehen davon aus, dass sie keinen Plan zulassen. Vier Leute über Outside bei NIP. Ähm, Get Right hat sich an der Rampe eingeschlichen. Beziehungsweise beim Trophy Room. Ariel kriegt viel Schaden. Am Ende ist es auch der Kill von Raz Forrest mit dem P250-Spray. Rauf geht es auf den Spot. Sehr gay. Uh, X7. Ein Kill. Den zweiten hätte er noch kriegen müssen. Dann wäre es vielleicht noch eine vorteilhafte Position gewesen für Enz. Sehr gay. Kommt jetzt über Secret rein. Es gibt kein Kit. Das heißt, sie müssen sich sputen. Sehr gay schon gefallen. Letzter ist Alu an der Rampe. Und Leko geht, glaube ich, schon in die Smoke rein. Erster Kill für ihn. Alu gestern richtig stark gewesen. Mal sehen, ob er das heute auch einsetzen kann. Zweiter Kill. Aber die Bombe tickt. Die Bombe tickt. Eigentlich nur noch Zeit raus. Und Forrest jetzt am Spot. Alu rennt davor. Forrest hat das Knife draußen, glaube ich. Ja, und tschüss. Tür zu. Komm. Ah, das gefällt mir. So kleine Spielchen. So kleine Shlanigans. Nice. Mai, oh mai. Wie ist das auch rumhüpfen? Geil. So kleine. Wer kennt direkt schon Secret runter? Smokewall outside. Weil sich irgendwie mögen, mag die Blast ihre Replays. Und ja, wir passen so ein bisschen Anfang der Runde zum Teil. Schreibe ich vielleicht nachher nochmal hin. Und ja, wir passen so ein bisschen nachher. Forrest Doppelkill. Outside Ariel auch noch gefallen. Also, der Leichte bei den Ends hier spielt, scheint nicht zu funktionieren. Aber trotzdem könnten wir fast werden, wenn Alu hier den zweiten trifft. Nein. Am Ende ist es Sergej, der auch noch an den Händen von GetRight fällt. Auf geht's. Das ist jetzt, äh, natürlich eine Eko für Ends, da sie geforst haben. Sergej mit 104 ADR. Forrest mit 103. 3, ich glaube, das ist für die zweite Hälfte. Was rausgeht. Oh, da sind 3 vor ihm aufgebaut. Also Forrest, muss da aufpassen. Erster Kill, zweiter Kill. Am Ende mit der Glock das 3K. 4K sogar insgesamt. Hat sich da ein bisschen Geld gefarmt am Ende. Wird Ends natürlich diese Runde trotzdem kaufen können. Kein Kill in der letzten Runde gemacht. Deswegen jetzt noch eine Bonusrunde für NIP. 4 SMGs und eine AWP bei Draken. Draken, wie man ihn auch... Oder wie er selber sagt, dass man es ausspricht. Weil Schweden... ERAiAiAiAiAiAiiß. So, Alexi. Oh, Flash kommt raus. Sehr okay, mit dem einen Kill. Get Red, schönes Timing von der Tür. Also, T-Seite scheint hier zu funktionieren für NRP. Alu jetzt über Main nochmal. X7 über den Heaven. Das reimt sich sogar. Echo aimt oben ab. Ein bisschen zu weit links. Alu mit dem ersten Kill. Mit dem zweiten Kill wird hier nochmal interessant. Draken und Forrest. Beide jetzt gespottet. Ich glaube, einer hat sich gespottet. Forrest muss halt raus. Alu mit dem nächsten Kill. Fällt das hier gerade auseinander? Drei Sekunden. Oh, Draken muss rumziehen. Draken. Den Kill holt er nicht mal. Erster Kill. Zweiter. Richtig stark von Alu. Nummer drei. Ah, der war dann so. Ja, Draken scheint nicht glücklich zu sein. Er kann es ihm verdenken. Gut, diesmal aggressiv in Secret drinnen. Nip. Kann natürlich nochmal reinkaufen. Jetzt mit der Smoke in the Main. Dash geht raus und keiner guckt in die Garage. Richtig gutes Positioning von Ariel. Forrest ist jetzt hier auf dem Chase. Aber Ariel mit dem dritten hinterher. Ariel, der King von Nuke gerade. Get Right. Eins gegen fünf. Ah, ist so. Die Awareness, dass dahinter immer einer kommen könnte. Ich habe nochmal eine Nate vor die Füße geschmissen. Aber Enz wird sich zurückziehen und damit zufrieden geben. Enz muss jetzt einfach nur die Zeit ausruhen. Bombe liegt bei Ihnen. Also, was wollen sie da noch machen? Nip. Geld zum Kaufen ist nicht wirklich da. Zwei Leute haben kein Geld. Lecker, kauft aber rein. Okay, es scheint wohl den Force bezugeben. Vielleicht wieder was Schnelles. Mit den SMG ist ja besser. Aber genug Utility da. Also, sie könnten auch was. Auch ein Constructed Play machen. Alexi B. Sprayt weiter rein. Es geht hinter der Smoke raus. Aus der Tür. Sehr game. Mit Nummer eins. Nummer zwei. Dritter kommt nicht rein. Lecko, Drucken. Eui, eui, eui. Gerade komplettes Chaos. Lecko, alleiniger Überlebender. Im eins gegen drei. Wird schon von hinten an gesprayt. Also, am Anfang sah es gut aus. Dann haben sie irgendwie so ein bisschen ihre ihr Tempo verloren. Wurden dann gestoppt über die Smokepushes. Hat wohl keiner abgezielt. Und so liegen da vier Terroristenleichen im A-Spot. Aber bei Enz sieht es auch nicht viel besser aus. Es ist ein eins gegen zwei. Leckrow ist die Frage, ob er es versuchen wird. Leckrow, den ersten macht er. Zweiten spottet er auch, aber am Ende. Gewinnt es Ariel. Meine Herren. Enz ist gerade richtig gut drauf. Also, wenn wir die Stats hier sehen. Sergei, 21, 15. Ariel und Alu. Alle. Um die 20 Kills herum. Bei NRP ist es Res. So ein Leckrow, der da ein bisschen mitzieht, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht mehr so voll gesehen, aber Replay mit fast jedem Kill aus der Runde. Ja, Leckrow am Ende dann natürlich enttäuscht. Es könnte jetzt und hier schon vorbei sein. 15, 6. Oh je, die Anfangsgranaten schon rausgeworfen. Nein, gegen Drakon. Auf 70 HP runter. Dem sieht man auch an in der Kamera, dass er richtig Bock hat. Alexi. Jetzt kommt der Molotov hinter die Smoke. Das verzögert nochmal so viel mehr. Puh. Gerade nicht viel zu holen für NRP. Es sieht hier nach dem Endswin aus. Alexi B. Erster Kill. Res. Ist immer ein fieser Winkel. Das ist so ein Headglitch. Aus geht es. Komplett zurück. Jetzt soll über Main aufgebaut werden. Leckrow nicht alleine rumziehen. Einer, zwei. Uh, fast der dritte für Ariel. Gatroy kommt jetzt über die Tür. Vielleicht ein bisschen überraschend. Bomb has been planted. Zwei gegen drei. Nip. Muss diesen Klatsch holen. Schöner Schuss gegen Seven. Oh, den zweiten sieht er auch. Schnell runter. Und mit seinem Mate arbeiten. Sehr schön. Die beiden altgedienten Pros bei NRP. Im Klatsch. Und das machen die richtig stark. NRP holt die siebte Runde. Und gerade noch mal halten sie ihre Träume am Leben. Alexi B. Eigentlich schön gespielt. Ich habe gerade nur die Transition gesehen von Alexi B. auf Forrest. Und so. Wie er langsam ein Bart gewachsen ist. Auf der Kamera. Das war verrückt. ist es nur Kosmetik am Ergebnis oder am Ende doch noch mal das Comeback für NIP? Das ist die große Frage hier. Müssten natürlich alle verbleibenden Runden gewinnen. Und Enz hat noch mal reingekauft. Also die haben Bock. Die wissen, dass NIP allzu viel Geld nicht im Bankkonto gelassen haben kann. Vielleicht ein paar SMGs im Mix. Lekro hat eine von diesen. Das war aber nur diese eine. Oh, Lekro beim Granaten ziehen. Beim Granaten werfen. Erstmal abgefrühstückt. Nächster von Ariel. Ariel! Meine Güte sind die stark. Und Drakon eins gegen fünf. Springt hier noch mal runter. Am Ende wird es die 16. Runde, denke ich mir, für NIP für NIP verendet sein. Pardon. Läuft an der völlig anderen Seite der Map rum. Wird sich jetzt gleich in Hell reinbegeben. Da steht bisher nur einer. Das ist X7. Erstmal links abchecken, bevor er überhaupt weitergehen kann. X7 steht ganz hinten. Das N's hat ein bisschen verteilt. Jetzt kommt der Molotow. Das heißt, er ist bekannt. X7 zieht Rom und damit ist es vorbei. 16 zu 7. NIP am Ende unterliegen sie gegen N's, den Major Finalisten. Moment. Ah, okay. Zack. So, da bin ich wieder. Also, am Ende starkes Match von N's. Es war einfach nicht, es sollte nicht sein für NRP. Sie hatten heute aber auch einige Aim-Duelle, die sie gewinnen müssten oder hätten gewinnen müssen. Und die gingen einfach nicht in ihre Richtung. Das waren die wichtigen, zum Beispiel die Klatsches. Da gab es einige, wo sie vielleicht ein paar mehr Runden holen könnten, die Economy auf ihrer Seite. Im Ende war es easy for N's, um jetzt mal einen kleinen Nadelstich zu setzen, aber so ist es eben. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder da mit dem Match N's gegen, Nip gegen Astralis und wenn Nip sich auf das 2 nicht etwas rafft, dann sehe ich da gegen Astralis doch Spaß. Es tut mir leid an alle NIP Fans, aber ich gehe auch gleich auf Astralis. Wir gucken jetzt mal, machen eine kleine Pause, bis die zweite Map losgeht, dann ist er gleich.